Die Polizei ist auf der Suche nach Personal, denn in den kommenden zwölf Jahren gehen fast 40 Prozent der Polizisten in Pension. Im Vorjahr haben sich mehr als 900 Frauen und Männer beworben, doch nicht jeder wird Polizist. Vier von fünf Bewerber scheitern an der Aufnahmeprüfung. Welche Kriterien erfüllt werden müssen und woran die Bewerber scheitern, Stefan Seiler hat einen Aufnahmekurs besucht. Polizei ist nicht gleich Polizei. Es gibt so viele verschiedene Bereiche, wo man dann hingehen kann, wo man sich dann spezialisieren kann. Mein Vater ist selber auch Polizist und damals in der Volksschule, wie immer, der eine Polizistin zu uns gekommen ist, ja wie geht man richtig über den Zebrastreifen und so, da habe ich eigentlich gewusst, ja ich will auch zur Polizei. Polizist war für mich immer eine Respektsperson und das wollte ich eigentlich auch immer machen dann. Das hat mich dazu motiviert eigentlich. Die Erwartungen sind groß, davor wartet aber eine harte Selektion. Der Beginn der Aufnahmeprüfung, ein schriftlicher Test am Computer, insgesamt dreieinhalb Stunden lang. Bei diesem schriftlichen Test wird die Grammatik und die Rechtschreibkenntnis der Bewerber überprüft. Hier sind aber Grundkenntnisse erforderlich und trotzdem erkennen wir hier wirklich, dass wir in Grammatik, Groß- und Kleinschreibung hier, es schon zu großen Problemen kommt. 20 Prozent der Bewerber scheitern hier. Dabei ist gerade die Sprache eine wesentliche Voraussetzung. Wenn wir Ermittlungen und Erhebungen durchführen, ist das zu berichten an die Gerichte und an die Behörden und hier muss klarerweise ein gutes Deutsch vorhanden sein. Außerdem gibt es einen Persönlichkeitstest und Intelligenztest, bei dem etwa mathematische Gleichungen gelöst werden müssen. Ich habe jetzt mit Matura gemacht und dadurch war die Grammatik und solche Dinge, das ist eigentlich auch leicht von der Hand gegangen. Ich hatte viel mehr Angst oder Schieß, sage ich jetzt mal, vom schriftlichen Test als jetzt vom sportlichen. Warum? Ich weiß nicht, mir tut das sportlich einfach relativ leicht. Danach folgt das psychologische Interview. Der Bewerber soll sich in einem 45-minütigen Gespräch selbst präsentieren. Der Polizeiberuf selber ist ja genauso mannigfaltig wie auch die Persönlichkeiten, die wir suchen. Von daher suchen wir nicht eine bestimmte Persönlichkeit als solches und nur die, sondern genau dieses Spektrum, was wir uns erwarten, was auch in der Gesellschaft ist. Die Bewerber werden aber nicht nur geistig, sondern auch körperlich gefordert. Zuerst bei einem medizinischen Check vom Arzt. Und wer es soweit geschafft hat, auf den wartet der sportliche Teil. 100 Meter schwimmen, 3000 Meter laufen, ein Hindernisparcours und eine 70 Kilo schwere Person, 10 Meter weit ziehen. Alles auf Zeit. Man soll sich auf jeden Fall vorbereiten, überhaupt beim Schwimmen. Wenn da die Technik nicht passt, dann die 100 Meter schon herausfordern. Die Übungen selber so an sich sind eigentlich relativ einfach, aber dann alles in der Folge, dann ist schon anstrengend. Also ich bin jeden zweiten Tag laufen gegangen, schwimmen, im Parcours sind wir auch durchgegangen und Liegestütze ist bei mir kein Problem. Am Ende bleibt nur einer oder eine von fünf Kandidaten über. Für die erfolgreichsten Bewerber wartet jetzt die Polizeischule, bevor sie sich danach im Polizeidienst ganz nach ihren Erwartungen verwirklichen können.